So, da bin ich schon wieder zurück. Ihr wisst ja heute Morgen oder Mittag, ich weiß schon mehr, wann das war. Wenn wir jetzt schon einen Skin rauskauen, das war der dritte Skin. Jetzt seht ihr, kommt ein 1500 V-Works Skin. Abhörig hat der Luca halt dann zweimal 30.000 Punkte eingesetzt, beziehungsweise 31.000. Wenn ihr auch einen Skin haben wollt, einfach auf Switch vorbeischauen, einfach YT Family Hack oder sucht einfach nur Family Hack, ihr werdet mich schon finden. Und in dem Sinne würde ich sagen, hau mir den Skin ganz entspannt raus. Einfach auf Freunden schenken. Und so, jetzt ist, ach doch, Luca habe ich schon. Zack. Und so sieht das Ganze aus. Wie ich das mache mit den V-Bucks? Ganz simpel. Ich mache halt Rette die Welt, mache ich jetzt auf drei Accounts und so sammle ich halt meine V-Bucks zusammen. Ihr bekommt quasi als Belohnung, dann halt fürs Zuschauen die Skins, weil ich habe genug Skins. Ich glaube, ich habe jetzt 250 Skins. Ich spiele sie eh nicht alle. Ist einfach nur ein ganz kleines Dankeschön an euch. Und ich denke mal, der eine oder andere hat Bock, da vorbeizukommen. Ob den Skins ich abzuholen, wenn ihr Bock habt, wieder auf Custom Games, gerne auch vorbeigucken. Wir schauen, wir haben mit denen schon ein paar Runden gemacht. Ist natürlich nicht ganz so leicht, jetzt wieder so viele Leute zu kriegen, wie früher. Aber ansonsten schaut einfach vorbei. Wie gesagt, YT Family Hack oder sucht einfach Family Hack Event, wenn ich schon finde. So haben wir jetzt mal ganz entspannt. Wieder 1500 V-Bucks weniger. Also Luca, danke für den Support. Weil 60 Chancen kann angekommen, muss man auch erst mal machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Ihr seht, Skins werden verschenkt, V-Bucks sind weniger. Kein Clickbait. Also haut rein. Ach, warte, ich habe es wichtig zu vergessen. Wenn ihr euch was kauft, natürlich Creator Code. Also in dem Sinne jetzt aber. Bis dann und haut rein.